Herzlich willkommen zum Deutschkurs A1 zur Vorbereitung auf das Zertifikat der Kursstufe A1. Hello and welcome to this German language course on the language level A1. Das ist die Gliederung der Lektionen nach Themen. Bei den Themen behandeln wir den notwendigen Wortschatz, die wichtigsten Verbstrukturen, Grammatik und Übungen. So, what you see here is the table of contents of the various lectures according to various topics. In each of the topics we practice the necessary words, the most important structures of the verbs, some grammar structures and some additional exercises. Kapitel 00 Einführung Kapitel 00 ist die Introduction. Kapitel 1 Sich vorstellen, Angaben zur Person. Kapitel 1 will be on the introduction of yourself, on the description of your personality. Kapitel 2 Ernährung, Essen und Trinken. Kapitel 2 will be on food, nutrition and drinks. Kapitel 3 Haus und Wohnung. Kapitel 3 will be on topics such as housing, you know, and living conditions in general. Kapitel 4 Urlaub und Reisen. Kapitel 4 will be on spending holidays, traveling and vacations. Kapitel 5 Bank und Geldwesen. Kapitel 5 will be on banking and financial matters. Kapitel 6 Post und Telefon. Kapitel 7 Verkehrsmittel, Auto, Bahn, Flugzeug, Schiff. Kapitel 7 In chapter 7 we discuss various modes of transport, such as automobiles, the public transport, aviation and ships. Kapitel 8 Freizeit, Sport und Hobby. Kapitel 8 In chapter 8 we discuss things like hobbies, sports and leisure activities. Kapitel 9 Kleidung. Kapitel 9 We discuss and introduce clothing. Kapitel 10 Körper und Gesundheit. Kapitel 10 We discuss our own bodies and health. Kapitel 11 Schule, Beruf und Arbeit. Kapitel 11 We take a look at school, at vocation and at work in general. Kapitel 12 Einkauf und Verkauf und Handel. Kapitel 12 We look at buying, purchasing and trading. Kapitel 13 Termine und Verabredungen. Kapitel 13 Termine und Verabredungen. Kapitel 13 We discuss events, negotiations and meetings. Kapitel 14 Bitten und Aufforderungen. Kapitel 14 We discuss how to ask someone a question, how to, you know, get something that you want from someone else. Kapitel 14 EATS. Herzlichen Dank und viel Spaß mit diesem Kurs. Well, thank you and hopefully this course will be very useful and just pleasant to you to do. Vielen Dank.